Mit bunten Ballons zielen hunderte Polen bei der Geipredi-Parade durch Bialystok, bis plötzlich rechte Gegendemonstrantensteine auf die LGBT-Community-Werfen.Bialystok Es hätte ein ganz besonderer Tag für der Stadt im Nordosten Polens werden sollen. Die erste Geipredi-Parade in Bialystok Doch rechte Gegendemonstranten attackieren den friedlichen Marsch. Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle nahmen an der PC teil. Sie werden unter der Abkürzung LGBT zusammengefasst. Eben diese Community wird in Polen häufig angefeindet. Bialystok, Polen. Erste Geipredi-Parade von Hooligans mit Stein beworfen. Rund 800 Menschen gingen an vergangenen Samstag für Die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen auf die Straße. Mit Händen geformte Herzen, Regenboden vorne und Plakate mit der Aufschrift Liebe ist keine Sünde streckende Teilnehmer in der Höhe. Die Sonne schien bei warmen 26 Grad auf den friedlichen Marsch. Auf einmal flogen Böller, Flaschen und Steine auf die Parade zu. Untermauert von den lauten Parolen der rechten Gegendemonstranten. Die erste Geipredi-Parade im nordmazedonischen Skopi verlief wieder erwartenstörungsfrei. Machen Sie mit und stimmen ab, Bialystok, Polen. Hooligans werfen Böller und Flaschen auf LGBT-Gemeinde schon im Vorfeld. Hatte nationalistische und katholische Gruppen rund 40 Gegenkundgebunden in Bialystok organisiert. Im Rahmen der homofeindlichen Veranstaltungen gingen die Teilnehmer auf die Degeipredi-Paradlos. Sie bewarfen den Marsch mit Pflastersternen und beleidigten die bunt gekleideten Menschen. Die Polizei verhängte gegen 16 Personen Ordnungsgelder, wie die katholische Nachrichtenagentur berichtet. Zudem werden vier weiteren Personen Raub und Attacken auf Polizisten vorgeworfen. Diverse Videos kursieren im Netz, in denen Hooligans und rechtsextreme Fußballanhänger die Teilnehmer der Parade schlagen und anspucken. Sie haben auch zu Protesten gegen Prädé aufgerufen. Was in Bialystok ist da, ist grauenhaft und todernst, sagte der linksliberale Europaabgeordnete Robert Biedron. Am Tag nach den Ausschreitungen gegen den Gleichheitsmarsch twitterte Innenministerin Elsbieter Wittek. Es gab und gibt keine Erlaubnis für Robdühaftes Verhalten Bialystok Polen Homofeindlichkeit an der Tagesordnung Homophobie ist in dem osteuropäischen Land weit verbreitet. Sticker mit der Aufschrift LGBT-Freie Zone will die rechtskonservative Wochenzeitung Gezitter Polsker in nächsten Ausgabe beheilen. Erst im April hatte der Chef von Polens rechtsnationalistischer Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, PiS, Jawosław Kaczewski, Homosexuelle als Bedrohung für Polen bezeichnet. Punkt mit Anfeindungen hatte auch der polnische Ex-Priester Götzestów Karemsa zu kämpfen. Im Interview mit Merkur.de erzählt er, warum er die Heuchelei und Schwulenfeindlichkeit im Vatikan nicht länger Aushalten wurde Punkt einem Ikea-Mitarbeiter wurde in Polen gekündigt, weil er sich im Internet schwulenfeindlich äußerte. Was die Kirche damit zu tun hat, lesen Sie auf merkur.de.in Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.